Ich habe es einfach in meinem großen Hoden gespürt. Ja, ja, die Hoden. Gut. Jetpoints. Hübsa. Jawollah. Nein, auch. Und mehr Bohrpinkels. Haha. Angefahren. Zack, zack. Und zack. Gespalten. Geht's hier auf? Ah. Schatz. Und hier ist es. Hups. Hier ist nichts. Auch nichts. Aber hier ist etwas. Ein kleiner Hoden. Und ein größerer Hoden. Ja, ja, ja. Und das ist ein paar. Und puh. Au. Verdammt. Au. Nicht mit mir. Au. Verdammt. Immer zu spät. Das war's für mich. Und gibt nur eine fucking Münze. Gut. Einmal hier. Und einmal ihr. Keine Sorge, Mädchen. Ich rette dich. Ich komme. Au. Verdammter Speerfuzzi. Huch. Wäre ich fast selbst eingefallen. Oh. Da ist ja noch einer. Stell dich mir. Na los. Greif an, du Feigling. Ja, brüll mich nicht an, sondern greif an. Genau. Greif die Ehen an. Äh, brüll nur. Du kannst mir gar nichts. Ja. Wird das alter Mann. Okay, das dauern wir jetzt so lange. Na, hier ist der noch. Geht doch. Hä. Schon wieder. Au. Verdammt. Lass die Leute in Ruhe. Ah, da, 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 da. Haha. Easy. Easy. So, was hast du mir zu sagen, Schönheit? Boah, Beatles haben die Baronin... Was? Boah, Beatles haben die Baronin geraubt. Such sie bitte. Geraubt? Wieso sagst du nicht entführt? Naja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Auch in Videospielen. Ich weiß nicht, was die... Was der Baron tun würde, wenn der Baronin etwas zustieße. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Was mache ich hier? Ich bin dir hierher gefolgt, um zu fragen, ob du einen neuen Move lernen möchtest. Ja, ich sei sehr intelligent von dir. Entschuldigt. Weil, mir zu folgen, heißt es dem Tod zu folgen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was hast du denn, Kumpel? Hast du was Neues für mich? Strafbohrer. Zermalmen sie ihre Gegner mit dem Strafschlagangriff. Zu Staub. Teuer. Schmetterdrehung kann ich mir nicht leisten. Mächtiger Wurf. Ich weiß nicht, soll ich mir den kaufen? Ist ja wirklich so notwendig. Obwohl, wenn ich es mir kaufe, hat er wieder neue Sachen. Also habe ich eigentlich nur Vorteile, wenn ich mir solchen Scheiß kaufe. Wirbelnde Klinge. Ich kaufe mir das jetzt die wirbelnde Klinge. Die ist ein bisschen billiger. Wobei... Wobei... Ach, egal. Ne, passt schon, danke. Also, bis zum nächsten Mal, Kumpel. Gut, wir gehen mal kurz hier weiter. Hier habe ich noch ein paar Kristalle gesehen, die was unbedingt mitgenommen werden wollen. Das haben sie mir persönlich gesagt, ja. Ja, ja, aus dem Weg. Kistalle. Äh, halt mich nicht davon ab. Andere Kistalle. Zu. Erwerben. Und so. Danke. Gut. So, jetzt gehen wir weiter. Folgen wir dem Weg. Hm. Ja. Und nochmal. Jawohl. Eppah. Und hoppsa. Ähm. Wo geht es denn nun weiter? Hier scheint es nur Schätze zu geben, also gehe ich mal hier. Ach, schon wieder nichts. Wieder zurück. Das geht mir auch verdammt schnell aus. So, nochmal. Sehr gut. Au, au, au. Verdammt. Daneben gesponnen. Hey, unfair. Ist der Weg. Wow. Huch. Na, kommt schon. Ich glaube, ich habe euer Geld. Au. Au. Das werdet ihr mir büßen. Oh ja. Haha. Das war es schon für euch. Heppah. Und hoppsa. Nein. Au. Ah, ah. Nicht im Panik geraten. Ganz ruhig. So, ich denke mal, dort geht es weiter. Aber sehe ich nicht. Egal. Auf jeden Fall hole ich mir noch diesen Kristall hier. Au. Wenn ich nicht vorher draufgehe. Oh. Verdammt. War ja nicht noch eine Säule oder so? Nein, schade. Okay, dann muss ich einfach da sein. Komm ich da? Ja, komm ich. Sehr schön. Huh. Nein. Böse. Wie mache ich denn das? Ich will das nochmal machen. Dieses. Ja, genau das dann. Wie mache ich denn das? Macht er das von allein? Nee. Ach, egal. Belassen wir es dabei. So, und hierauf. Ah. Oh, bitte. Ha. Daneben. Ah, schätze bis zum Gegenteil. Huia. Ha, getroffen. Nein, nein, nein. Au. Spürt die Macht der schwarzen Klinge. Oder wie sie auch immer heißt. Das war's für euch. Die Kristalle geht mir auch echt auf den Keks. Wisst ihr das eigentlich? Oh, ich hab's gerade geschlüsselt. Hu. Interessant. Interessant. Gut. Ein bisschen Anlauf. Ey, hoppa. Jawollah. Alles meins. War ja nicht noch was? Äh, bist du wohl? Nein? Okay. Passt. Na dann weiter. Auf zu neun gefahren. Ha. Ich komme. Wie auch immer hier nach Helps schreibt. Äh, schreibt. Wo denn? Ich seh euch nicht, Freunde. Ach da. Keine Angst. Ich befreu euch gleich. Okay. Einmal du. Und einmal du. Niemand greift uns von dem Hinterhalt, äh, von hinten, äh, im Hinten, äh, von hinten an. Hm, von hinten. Egal. Wo rennst du denn hin? Na, das ist okay, Kumpel. In diesem elenden Baum müssen hunderte von Boabitles sein. Ja, glaube ich auch. Danke, Sir. Ich bleibe hier, damit du nicht aus dem Hinterhalt angegriffen wirst. Das wollte ich eigentlich für euch machen, aber okay, danke. Ah, da ist ja noch wer. Hey. Die habe ich gar nicht gesehen. Entschuldige, Süßer. Oh. Ihr macht das schon. Vertreue euch. Ja. Mach sie fertig. Raus. Hey. Die Schlange sind wirklich gut. Aber ich glaube, die bringen nicht wirklich was weiter. Hey. Hey, ich habe es doch geschafft. Sehr gut. Gut gemacht. Sorry. Ja, renn weg, du Arsch. Wenn ich gerade mit dir rede. Dir helfe ich nie wieder. Na? Na? Was war denn das jetzt? Egal. Danke, dass du uns aus dieser scheußlichen Zelle befreit hast. Na, bitte gerne. Danke, Kind Herr. Die Baronin wurde durch diese Höhle gebracht. Ja, war richtig. Ich weiß nicht, was sie mit dir vorhaben. Das interessiert mich die Baronin. Wo ist Sophia? Sophia! Ich glaube, Maximo vergisst schon langsam, wer nach wem er eigentlich sucht. Danke, Kind Herr. Endlich bist du da. Ich glaube, diese Viecher wollten uns fressen. Danke, Kind Herr. Wenn ein Bohrbittl auf dich zurollt, schlage mit der Mama auf ihn ein. Ich denke nicht, dass ich so schnell bin, aber naja, okay. Danke für den Tipp. Ja, was willst du denn, hä? Kannst gar nichts. Au. Vielleicht ein bisschen was, aber nicht viel. Au. Das reicht's mir aber. Geh drauf. Au. Nein, 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 nein. Geh aus der Lava raus, Maximo. Au. Verdammt. Wirst du wohl draufgehen. Geht doch. Verdammte Pisser. Mein Geld, mein Geld, mein Geld. So. Ist ja noch was. Scheint mir gerade nicht zu. Ist hier jemand drinnen. Ah. Schlüssel. Was war das jetzt? Ah. Hier schon wieder. Ihr nervt, Freunde. Hm. Ach da. Na. 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 Was war's? Gut. Und weiter geht's. Eppa. Ah. Hat diese Höhle mal. Äh. Höhle mal. Bäh. Hat diese Höhle mal ein Ende. Und haben diese Boardbeetles hier mal ein Ende. Ihr nervt. Auf extremste Weise. So viel Geld. Ich weiß gar nicht, was mir damit kaufen soll. Okay. Dann. Hier durch das Tor. Geweckt hier. Over. Aha. Aber kein Schlüssel. Aber. Checkpoints. Den nehme ich auch gerne. Ihh. Alles voller Spielweben. Und Fliegefiecher. Pfui. Böse Fliegefiecher. Pfui. 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 Schon klar, ne? Wo bist du? Ach, da bist du. Haha. Nach unten geflogen. Da. Wir müssen Nest sein. Ja. Noch jemand? Nein. Würde ich auch hoffen. Gut. Ich brauche mal einen Schlüssel. Ich möchte bitte einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Ah, da. Schlüssel. Hallo, Schlüssel. Danke. Und auf die Tour. Mal sehen, was sich Nützliches verbirgt. Und es ist... einen Haufen Geld. Einen Haufen Geld. Oh, und einen Humpen. Schön. Gut. Mal oben sehen, wo dort... Äh, war da... Wo dort die Kristalle sind. Aha, hier. Ja, und schön. Und... Und... Ist hier noch was? Das sieht mir so verdächtig aus. Aber nicht verdächtig genug. Und Kristalle stellen sich mal wieder in den Weg. Hm. Okay. Dann mache ich zuerst den, dann den und den da unten da. Und da. Ja, voilà. Und da. Na bitte, hat doch gut geklappt. Ist eigentlich gar nicht schwer. Man muss nur... Immer zuerst die am weitesten, entferntesten... Äh, angreifen. Oh, du bist ein Händler. Ich dachte mir schon, was ist denn das? Na, alles klar bei dir da unten? Anscheinend nicht. Hups, daneben. Ja, da, 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 da. Ja. Komm, mein Kumpel! Das war's. Ta, ta, ta. Und ta, ta. Noch jemand? Wie sieht's bei euch aus? Schlecht anscheinend. Ja, ja. Ich komm schon. Nichts mit ihm. Anlegen. Sonst kommt das mit mir zu tun. Alle okay? Alle okay. Na, was hast du mir zu sagen? Die Puppetels haben die Baronin in ihren Korkorzimmer gebracht. Äh, Korkorzimmer? Maximo, du musst sie retten. Woher kennst du mich eigentlich? Habe ich etwas mit dir gehabt? Hm. Egal. Mir bricht der kalte Schweiß aus, wenn ich daran denke, was sie mit der Baronin vorhaben. Ja, was haben sie denn da mit ihr vor? Wollen sie sie vögeln? Vielen Dank für die Hilfe. Er nimmt diesen Halt an. Die Baronin wird oben im Korkorzimmer festgehalten. Alles klar, Kumpel. Danke, Sir. Ich komme da nicht drauf. Du musst alleine ins Korkorzimmer gehen. Okay. Soll mir recht sein. Oh. Nein, nein, nein. Nicht auftauchen. Danke, Sir. Danke. Oben sind noch mehr Münzen. Vielleicht kannst du sie mit einem... Der Kokos zu ihnen... Was? Vielleicht kannst du mit einem... Der Kokos zu ihnen gelangen.